Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Spiel an Wien. Ich bin Sauer Patrick, bei mir ist euer Matthias und heute machen wir im dritten Teil von Setspotlight Foundations, ich sage den deutschen Namen nicht, damit hier keine Triggerung passiert, die schwarzen Karten und damit fangen wir auch gleich an. Genau, wir starten mit dem Unterweltschnitter. Für ein farbloses 2-Schwarze bekommt man eine 3-2-Kreatur-Dämon-Hexenmeister. Man kann ihn tappen und schicke eine Kreaturkarte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil, die in diesem Zug dorthin gelegt wurde. Erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie von ihr ist, außer dass er zusätzlich zu seinen anderen Typen ein Nachtmar ist. Schicke dann alle anderen Nachtmar-Spielsteine, die du kontrollierst ins Exil. Genau, du kannst das Board nicht flabben damit, aber du kannst immer die beste Kreatur halt haben, die dir vorher gestorben ist. Ist ein bisschen huppig, du musst doch ein paar Ränge springen, aber wenn der Gegner eine coole Kreatur legt und du musst sie eh kaputt machen, weil sie sonst halt dich kaputt macht, kriegst du sie zuhause halt. Ist doch ein günstiger Dämon, 3x-3-2-Dämon kannst Dämonic Council drauf machen. Ja, oder halt, das Annex freut sich. Da brauchst du Dämon, damit der keine Leben verliebt, nicht du. Achso, dieses meinst du, ja. Dass jetzt auch in Standard-Grad viel gespielt wird und im Peri viel gespielt wird und ja. Ja, den finde ich ganz interessant. Auf jeden Fall ein interessanter Effekt. Aha, genau, das ist die Karte. Blasphemisches Edikt. Für Standard ganz relevant. Kostet 3 farblöse und 2 schwarze. Eine Hexerei. Falls 13 oder mehr Kreaturen im Spiel sind, kannst du ein schwarzes bezahlen, statt die Mana-Kosten dieses Zauberspruchs zu bezahlen. Also eher was für Commander. Ja. Jeder Spieler opfert 13 Kreaturen, die er bestimmt. Also wenn der Gegner 13 Kreaturen hat oder halt 10 und du hast 3, dann bist du wahrscheinlich nicht tot. In Standard. Im Commander könnte ich das eher ausgehen. Ja, das ist offensichtlich, heißt ja auch schon so, das schwarze Blasphemus Act ist jetzt das Blasphemus Edikt. Ja, und ist actually besser. Ja. Weil Opfern besser als Damage ist. Ja. Es ist einfach so. Weil es halt keine Protection Spells funktionieren, kein Interstractable funktioniert. Ja. Und du kannst selber nichts Lustiges machen. Du kannst dich halt auch selber nicht protekten, ja. Aber es ist halt, es ist ein besseres Removal, das halt fix das wegbringt. Es ist schlechter für dich, dass du es halt umgehst. Aber ich finde es trotzdem. Ja. Für Commander natürlich toll. Ja. Blutdürstiger Eroberer, das ist unsere nächste Karte. Für 3 farblose und 2 schwarze erhält man eine 5-5-Kreatur Vampirita. Jawohl. Fliegend Todesberührung. Schon mal sehr gut. Aha. Und immer wenn ein Gegner Lebenspunkte verliert, erhältst du entsprechend viele Lebenspunkte dazu. Ja. Excruciinate. On a creature. Wie heißt das? Heißt das nicht? Ich weiß nicht. Nein. X-Sanguate. X-Sanguate. Ja. Das ist ja auch, das ist ein reprinted im Set, so by the way. Ja. Offensichtlich. Das ist das Combo mit dem anderen Ding, ne? Mit der... Mit der? Sanguine Bond. Ja, ja, genau. Wenn der Gegner Leben verliert, bekommst du so viele dazu, ne? Ja, genau. Und da ist, wenn der Gegner verliert, verliert, fliegst du. Genau, das ist diese Combo-Geschichte, ja. Du kriegst Leben, Gegner verliert und der macht, Gegner verliert, du kriegst. Ja. Und dann ist er tot. Genau. Ja. Er hat selber keinen Lifelink, deswegen kann er es nicht... Genau, kann er es nicht starten. Ich finde das halt... Lifelink wäre natürlich broken, offensichtlich. Achso, ja, aber er kann, wenn er connectet... Würdest du 10 Damage machen? Das wäre ein bisschen gemein. Ja, ja, nein, aber ich sage nur, wenn er connectet, startet er das auch, weil immer wenn der Gegner Lebenspunkte verliert, erhält so entsprechend viele Lebenspunkte dazu, das heißt, er hat ja quasi Lifelink, ne? Achso. Das heißt, wenn du... Er hat praktisch Lifelink, ja, 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 ja. Er startet ja, 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 ja. Er hat Lifelink, ja, ja. Mhm. Stimmt. Also wenn er dem Gegner Combo-Damage macht, wenn er Gegner blocken kann, hm, aber dann wird auch Todesbürgerung, dass er auf jeden Fall kaputt ist. Ja. Ich meine, das 5-5 ist fraglich, ob er das braucht, aber... Er ist halt 5-5, 5-5 fliegend für 5 Mana, Deathdatch und... Ja, hat aber keine 5-Ability, ist wieder alt raus, ich bin enttäuscht. Nein, ist natürlich eine nette Karte und ein zusätzliches Ex-Sanguinet. Kann nicht schaden in Commander. Apropos Commander, Jäger in der Oberschicht. Drei farblose und zwei schwarze. Da bekommt man diesmal aber nur eine 5-3-Kreatur Vampir-Ade-Liga. Das ist aber nur eine Re-Ade-Kana-Mythic. Ja, da sind die zwei Punkte Toughness verschwunden. Genau. Hat auch fliegend. Mhm. Immer wenn diese Kreatur angreift, kannst du eine andere Kreatur opfern. Falls du dies tust, lege eine Plus-1-Plus-1-Mark auf diese Kreatur. Und immer wenn eine andere Nicht-Spielstein-Kreatur stirbt, ziehe eine Karte. Okay, die saugt beim Angriff hinaus von deinen eigenen Haverern, wird fetter und ziehst eine Karte. Ja, ist so. Ganz nett. Ja, ganz nett. Aber da hört sich auch schon auf. Ah, die Katze. Die Gefährtin mit neun leben. Mhm. Ein farbloses Zoll schwarze. Jawohl. Eine 1-1-Kreatur Katze. Mhm. Diese Kreatur kommt mit acht Wiederbelebungsmarken ins Spiel, falls du sie gewirkt hast. Wenn diese Kreatur stirbt und falls eine Wiederbelebungsmarke auf ihr lag, bringe sie zu Beginn des nächsten Endsegments mit einer Wiederbelebungsmarke weniger ins Spiel zurück. Jawohl. Der Name ist Programm. Ja. Gefällt mir. Kann halt neunmal blocken. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht sofort wiederkommt. Weil du dann halt neunmal einen Sacrifice-Effekt machen kannst. Du kannst damit nicht Katze-Ofen machen. Also du kannst schauen, aber es ist ein bisschen elend. Ja. Ja, ich meine, der Ofen ist immer getappt. Der Ofen ist aus, Patrick. Der Ofen ist aus. Verstehe. Deswegen ist es wurscht. Ja, okay. Gefällt mir. Ist okay. Ja, ist eine witzige Karte. Ich finde sie mehr witzig und flavorful, als dass sie gut ist. Ich meine, neunmal blocken können, ist schon ganz okay. Das ist schon sehr lästig. Du musst sie halt exilen. Ja. Aber ja. Sie ist halt nur eine 1-1. Ja, ja. Ey. Aber sie kann schon lästig sein. Ja. Vor allem, wenn du irgendwas hast. Jetzt zum Beispiel mit der Blumenbrowschlange, wo du was opfern musst. Kannst du sie halt opfern und sie kommt wieder. Ja. Also solche Sachen sind vielleicht ganz interessant. Ja. Das ist auch eine sehr coole Karte. Ja, finde ich auch. Die Rache der Ratten. Zwei farblose, zwei schwarze. Eine Hexerei. Erzeuge für jede Kreaturenkarte in deinem Friedhof einen getappten 1-1 schwarzen Rattenkreaturspielstein. Und die Karte hat auch nochmal Rückblende für zwei Farblöse und zwei schwarze. Ja. Sie haben leider aus dem gelernt. Wie heißt die Karte? Jetzt fällt es mir nicht ein. Aus Innistrad. Das Spinnending. Spider-Spawning. Sie haben leider davon gelernt und das macht nur getappte Token. Ja, das ist echt schade, dass es getappt Token macht. Aber for pettings and reasons, obviously. Weil wenn die ungetappt sind, ist es halt vorbei. Naja, warum ist es vorbei? Das sind nur Einzelne. Also es ist Spider-Spawning für Ratten. Ja. Ich finde es eine coole Karte. Ja. Das ist richtig geil. Das Artwork gefällt mir auch sehr gut. Bin ich auch bei dir. Den finde ich auch richtig gut. Hisback. Urfräger der Branchentipp. Ja. Für ein farbloses und ein schwarzes. 1-3 legendäre Kreatur Skeletträuber. Ah ja, der ist das. Immer wenn ein Gegner eine Karte abwirft, schicke sie mit einer Versteckmarke aus seinem Friedhof ins Exil. Während deines Zuges kannst du Karten mit Versteckmarken, die du nicht besitzt, aus dem Exil spielen. Und Mahne beliebigen Typs kann ausgegeben werden, um jeden Zauberspruch zu wirken. Und 3-4 plus ein schwarzes Tappen. Jeder Gegner öffnet eine Karte ab, aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Ja. Der ist halt auch wieder in dem Thema von den Tiny Bones Gegner Karten abwerfen lassen. Und dann mit spielen. Und das Orge ist, es gibt ja dieses Diska-Deck im Standard. Dieses Tiny Bone Diska-Deck. Und der ist halt. Der ist mega. Ursicht. Weil bis jetzt musst du halt mit Tiny Bones angreifen und connecten. Das ist so ein Death Touch. Und dann kannst du Sachen aus dem Friedhof spielen. Jetzt musst du es halt nicht bei mir machen. Spielst den, lass den Diskarten. Oh, 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 oh. Habe ich deine Karten. Und wenn er stirbt, kommt er halt. Der Nächste macht es auch wegen den Versteckmarken. Der gefällt mir sehr gut. Der auch, dass er quasi Failsafe Backup hat mit 4 Maler. Kannst du ihn aktivieren. Ja. Schon sehr gut. Ja. Der gefällt mir. Wird sicher in Commander auch gespielt werden. So. Das ist ein sehr cooles Artwork. Ja, ist auch eine gute Karte. Ja, okay. Rachsüchtiger Bluthexer. Der wird auch sehr viel gespielt werden. Ein Fabulous ist ein schwarzes. 1-1 Vampir Hexmeister. Immer wenn diese Kreatur oder eine andere Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, verliert dein Gegner deiner Wahl einen Lebenspunkt und du erhältst einen Lebenspunkt dazu. Sehr simpel, aber nicht Seg-Outlet, Swimming-Option. Ist jetzt die, ich weiß nicht, wie viel der, die das macht. Ja. Dritte, glaube ich, Karte. Aber gerade halt einerseits ist es ein guter Effekt, ist es eine gute Karte und es ist halt gerade für diese ganzen Seg-Decks halt ein Pflichting-Load. Richtig sick. Und das Full-Art-Artwork für den schaut auch sehr geil aus. So, wir sind wieder bei der letzten Karte und es ist wieder eine Rare und keine Mythic. Ich bin ein bisschen traurig. Ja, sorry. Ich kann nicht immer performen. Zu Aschur, die Lichtfürstin für ein farbloses, ein schwarzes, ein 2-2 legendäre Kreatur-Zombie-Hexmeister. Abwehr zwei Lebenspunkte bezahlen. Schon mal ganz nett. Ja. Und Tappe, du kannst in diesem Zug eine Zombie-Kreaturenkarte der Wahl aus deinem Friedhof wirken. Jawohl. Das ist eine Zombie-Kommanderin. Jawohl. Ja. Ganz nett. Ich finde es okay, weil du halt zumindestens Abwehr zwei mit den Lebenspunkte zahlen, zumindest sie zwei Damage macht. Und wenn sie halt liegen bleibt, dann outvalued sie halt den Gegner. Ja. Das ist eine nette Karte. Ja. Und ich kann es mir auch vorstellen, dass sie halt auch zum Beispiel ein Standard was macht. Also nicht jetzt nur Kommander ist. Gibt es da so viele Zombies, die irgendwas Orges tun? Momentan nicht, aber erstens. Das wäre ein Sacrifice-Zombie. So alle Spieler opfern eine Kreatur oder so. Glaube ich nicht. Du meinst einer, der vielleicht einer den Kampf in der Play hat vielleicht. Weil dann ist so Tappe, du spielst den aus dem Friedhof, alle Säcken, was du sechst offensichtlich ihn selbst. Ja. Nächste Runde wieder. Ja, weiß nicht. Das ist jede Runde Edict machen. Aber das wäre nett. Das wäre nett halt, ne? Mhm. Ja. Gut. Das war es mit Schwarz. Danke euch fürs Zuschauen. Danke Matthias wieder fürs... ...dabei sein und mit mir mich unterstützen. Morgen sehen wir uns wieder mit Rot und Grün. Da machen wir gleich eine Doppelfarbfolge. Wow. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne einen Kommentar oder ein Video hinterlassen. Das ist natürlich auf allen sozialen Medien erreichen oder halt morgen sehen oder auch am Spiel am Wiener treffen. Bis dahin. Ciao, Baba. Ciao, Servus. Ich habe da die Karten hinkriegt von meinem Collector Display, die englischen, weil ich nicht wusste, wo du hingeben hast. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe nur die Deutschen gefunden. Ich habe das nicht gesehen, weil ich es dann schon mal gut machen kann. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.